Hallo, schönen guten Tag liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Jörg Raus. Ich darf heute von der Sitzung des Personales berichten. Es wird etwas kürzer ausfallen als meine Redebeiträge sonst. Wir haben uns über die Konzernübernahme der Auszubildenden im Pflegebereich lang und ausgiebig unterhalten, zusammen mit den Vertretern der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Da soll einfach eine Regelung gefunden werden oder auch nicht, ob man in welcher Form Auszubildende aus dem St. Josef, aus der Roland Klinik und aus dem Uniklinikum zukünftig übernommen werden sollen. Dann haben wir Dienstanweisungen aus dem Pflegedienst gehabt, die die Medikamentenabgabe regeln und auch zur Patientensicherheit in OP-Bereichen und in Interventionsbereichen. Auch darüber wurde lang und kontrovers diskutiert. Und zu guter Letzt hat unsere Personalarztvertreterin im Arbeitsschutz aus der Arbeitsschutzausschusssitzung berichtet und die Ergebnisse entsprechend vorgestellt. Das war es. Kurz und knackig wie angekündigt. Tschüss.